Hallihallo und wunderschöne, Moment, Herbstferien, Herbstferien, ich muss selber überlegen. Willkommen bei einer neuen Folge vom Live After SE Podcast. Ich bin Kurt, das wisst ihr schon und ich bin nicht alleine, der Glenn ist auch da. Hi Kurt, danke dir für die Einleitung. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir begrüßen den Julian Maibohm. Herzlich willkommen. Hi, cool, dass du da bist. Moin. Moin aus Berlin. Moin aus Berlin. Julian ist auch Audiomensch und ich glaube, du kannst dich am besten selber vorstellen mit unseren drei großen Fragen. Kurt, willst du die einmal abfeuern? Julian, wer bist du, was machst du und warum? Ja, ich bin Julian Maibohm. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Was war die zweite Frage? Was machst du? Was mache ich? Ich mache eigentlich Game Audio. Also so hat zumindest alles angefangen. Und warum mache ich das? Das weiß ich selber gar nicht so genau. Das evaluieren wir heute. Genau, vielleicht kommen wir da ja drauf. Vielleicht hinterfragen wir mal so einige Sachen in meinem Leben, wo ich dann auf den Ursprung des Ganzen zurückkomme. Sicherlich hat die SAE einiges damit zu tun, logischerweise, weil ich da nämlich meinen Partner und Mitgründer Christian Rathaus kennengelernt habe. Und daraus ist das alles entstanden. Ja, dann wie immer, lass mal vorne anfangen, wie du überhaupt zum Thema Audio kommst. Wir haben ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du in der Zeit vor deiner SAE acht Jahre lang als Fischwirt gearbeitet hast. Wo habt ihr das gefunden? Fisch-Fachwirt steht in deinem LinkedIn. Ach so, ja, ja. Auf der Metro. Erkläre bitte. Erkläre bitte. Okay, ja. Also ich bin eigentlich Bremer. Ich komme eigentlich aus dem hohen Norden. Aber jetzt, genau. Und man denkt ja, da liegt das nahe. Aber eigentlich ist ja nicht jeder, der aus Bremen kommt, Fisch-Fachwirt. Was? Ich habe schon großen Ausnahmskaufmann gelernt und habe dann gedacht, irgendwie ist es mir aber so, ich will jetzt nicht im Büro sitzen, sondern ich wäre eigentlich lieber an der Basis. Und dann habe ich halt für die Metro Fisch eingekauft. Und dafür braucht man einen Fachwirt, den man vorher machen muss. Ist das noch eine zusätzliche Ausbildung? Ja, das ist ja, du musst ja, da lernst du halt, wie du mit so einem Fisch halt umgehst. Den filetieren, entgräten, XY-Gräten rausziehen und so weiter und so fort. Ah ja, klar. Das ist schon eine Ausbildung wert. Und auch eine Fachspezifikation. Und ohne das darfst du dann auch keine Auktion leiten, beziehungsweise an den Auktionen teilnehmen. Das ist heute alles anders. Also heute läuft das Ganze komplett digital, aber da musst du eigentlich gar nichts mehr können. Da musst du nur noch Kaufmann sein. Und damals war es aber so, da musste ich dann wirklich noch nach Cuxhaven fahren, morgens um halb zwei und dann um drei einkaufen. Boah. Ja, das war spannend. Aber ich habe gedacht, das kannst du ja nicht dein Leben lang machen, um halb eins irgendwie aufstehen und dann anderthalb Stunden später in Cuxhaven zu sein. Und dementsprechend habe ich gedacht, was mache ich gerne? Und damals habe ich noch in einer Band gespielt und da lag das irgendwie nah. Dann hat mir irgendein Freund erzählt, hier, da ist so ein geiles Studium in Hamburg, weil er war am nächsten dran. Dann habe ich mich aber, habe ich mir das auch mal in Berlin angeguckt gehabt und das hat mich so geruckt, weil die Leute und die Atmosphäre war da irgendwie wesentlich anders. Also entscheidend anders als in Hamburg. Und dann habe ich mich einfach für Berlin entschieden, ja. Ach, schick. Dann warst du von 2010 bis 2012 an der SAE in Berlin. Wow, das ist ja schon fast zehn Jahre her, ey. Krass. Wir beginnen mit der Evaluation. Ja, jetzt, jetzt, so langsam wird es mir bewusst. Und du warst auch Supi, also du hast auch für die SAE dann noch gearbeitet. Genau, genau. Das, ja, das habe ich auch sehr gerne gemacht. Also diese, Supi heißt ja heutzutage anders, ne. Da heißt er jetzt Fachbereichsassistent. Fachbereichsassistent. Genau. Da legen die, die Manager legen da krassen Wert drauf. Ist ein gutes Wort für Hangman, oder? Ja, absolut, absolut. Okay. Die Supi-Zeit, die will ich auf gar keinen Fall wissen. Das war 1A in Berlin. Das war ein Team, sondersgleichen. Also das war so eine coole Zeit. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Audiotrakt in Berlin wart. Noch nicht. Damals, jetzt ist ja die SAE Berlin auch umgezogen an die Kyvri-Straße nach Kreuzberg. Also wesentlich zentraler, direkt in dem Medienzentrum da. Aber früher waren sie halt ein bisschen außerhalb. Da bist du dann wirklich auch hingefahren, um zu studieren und nicht um Party zu machen und so. Da war sonst nix. Also da war nix. Da war einfach nur Industrielandschaft und diese SAE. Und der Audiotrakt, der war halt nicht im Gebäude mit drin. Der war so extra. Und das war wirklich eine Zeit, die ich echt genossen habe. Also wirklich coole Zeit. Schön. Wenn man mal liest, jetzt nach Beendigung des Studiums 2012, habe ich gesehen, dass du als Freelancer im Sounddesign-Bereich unterwegs warst. Für zwei Jahre, bevor es dann richtig losging. Kommen wir gleich drauf. Was hast du denn da gemacht im Sounddesign? Und warum Sounddesign? Wieso nicht Musik produzieren mischen, was eigentlich alle erstmal wollen? Ja, eigentlich wollen immer alle Musik produzieren. Ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch daran erinnern, dass viele in meiner Klasse auch, aber dann letztendlich auch wirklich da gelandet sind. Also die meisten, mit denen ich noch so Kontakt habe, sind eigentlich alle jetzt so Musikproduzenten oder DJs. Oh wow. In Berlin liegt das irgendwie anscheinend auf der Hand. Ich weiß nicht, wenn man dieses Studium macht, wird man Musikproduzent oder DJ. Nee, Sounddesign hat mich einfach immer interessiert. Also dann kam natürlich noch, ja, Sounddesign für Games ist ja dann noch wieder eine andere Richtung. Also man kann ja auch klassisch für Filme Sounddesign zum Beispiel oder im Podcast könnte man auch Sounddesign theoretisch. Das ist ein Hörspiel, kann man Sounddesign. Also es gibt ja wesentlich mehr Möglichkeiten, als jetzt in die Game-Richtung zu gehen. Aber der springende Punkt war dann wirklich dieses Teamprojekt im Bachelor, was man machen muss. Ah klar. Und musste, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber damals musste man sich halt fachübergreifend mit anderen Leuten zusammentun. Und das waren bei uns die Gamer. Da haben wir uns mit den Gamern zusammengetan. Beziehungsweise eigentlich Christian, der hat das so ein bisschen angestoßen. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht in seiner BA-Klasse, aber ich habe trotzdem daran so ein bisschen mitgearbeitet, weil mir das als sehr sinnvoll erschien. Und das war echt ein cooles Spiel. Das war auch sogar in der CT als Spiel des Monats oder so. Wow. Obwohl es nicht ganz fertig geworden ist. Dein Gründungspartner ist also Game-Student. Nee, nee, der ist auch Audio-Student. Aber der hat sich dann quasi an die Gamer angeschlossen. Alle haben so in diesem Bachelor-Projekt, das ist ja ein Teamprojekt, fachübergreifend. Und da war es dann so, tut euch mal zusammen und denkt euch was aus. Und die meisten haben dann irgendwie ein Album produziert oder so oder ein Musikvideo gemacht. Und Christian hat sich halt voll an die Gamer orientiert. Ey, ihr macht ein Game, ihr braucht ja Audio. Und so ist das dann entstanden. Und daraus hin hat er dann auch für die SAE, ey, jetzt machen wir aber eine Lobeshymne hier auf die SAE, diesen Businessplan machen müssen im Bachelor. Und den haben wir einfach eins zu eins benutzt und haben so ein kleines Investment zu unserer Gründung bekommen. War ja so spannend, weil du bist der Zweite, der das erzählt, dass man tatsächlich mehr oder weniger den SAE-Businessplan dann wirklich auch als Businessplan nimmt und diesen weitererfordert. Ja, das war ja der Sinn. Christian, der hat sich schon immer gedacht, warum soll ich irgendetwas machen, nur für die Uni, sondern es ist doch sinnvoll, daraus auch was entstehen zu lassen und das halt so zu nutzen. Dafür auch zu nutzen, da ist alles entstanden, was wir jetzt haben. Also Logo, Schriftzüge, Jingle, also alles Mögliche. Alles, was wir in dem Bachelor gemacht haben, ist eigentlich gleich wieder recycelt worden, eben für dieses Projekt Liarbird Game & Audio. Kurt, ich glaube, da waren wir beide Hand aufs Herz ein bisschen schlampiger unterwegs, was das angeht. Ja, Christian ist auch schon das Zugpferd gewesen. Also ich habe Ja und Amen zu allem gesagt. Genau, meine Leistungen kamen dann später dazu. Ja, vorletzte Episode, Sebastian Quattflick hat auch darüber gesprochen, der hat auch in seinem Bachelor einen Businessplan ausgerechnet und das benutzt für sein jetziges Unternehmen und das hat ihm das Fundament gegeben. Ja, tip top. Ja, ist doch gut, wenn man das für zwei aller Dinge nutzen kann. Ja, voll. Und da habt ihr 2014 Liarbird Game & Audio gegründet, ihr beiden. Für die Leute, die es nicht wissen, ich weiß es, weil ich bin großer Australien-Fan. Was hat es denn mit dem Namen auf? Erklär das auch bitte. Ja, das ist halt ein australischer Vogel und da müsst ihr euch einfach mal, wenn ihr Zeit habt, so eine BBC-Doku angucken. Die gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube und da geht es wirklich eine Stunde lang um diesen Vogel und der kann einfach jedes Geräusch, was er hört, kann er eins zu eins wiedergeben. Und das ist wirklich verrückt. Man denkt, dass es irgendwie nachbearbeitet oder so, aber es ist tatsächlich der Vogel. Also der läuft dann in Australien rum und da haben die wohl regelmäßig Wälder geholzt und dann macht er eine Kettensäge da in der Ecke irgendwo nach und nirgendwo sieht man jemanden mit einer Kettensäge und dann ist das halt dieser Vogel, der diese Kettensäge imitiert, ja. Krass. Oder auch Fotoapparate macht er nach. Ja, alles möglich. Schreie, Wecker. Ich baue mal jetzt hier ein Sample rein, dann kann man das später in der Post hören. He does that by copying the songs of all the other birds he hears around him, such as the kookaburra. He also, in his attempt to out-sing his rivals, incorporates other sounds that he hears in the forest. That was a camera shutter. And now a camera with a motor drive. The sounds of foresters and their chainsaws working nearby. Und wie kommt's genau auf diesen Vogel, hast du den einfach mal rumgegoogelt oder warst du in Australien, was hat das mit eurem Unternehmen zu tun? Ja, das, ja, wir haben gedacht, wir stehen einfach, dieser Vogel steht einfach für das, was wir machen wollen. Also, wir wollen einfach Sound so umsetzen, wie der Kunde oder der User das erwartet, ne? Als klassische Audio-Dienstleistung und so. Stark. Und in dieser Game-Schiene waren wir halt, weil's in dem Markt gab's damals eigentlich keinen, der die ganzen Indie-Künstler betreut hat. Also, Indie-Game-Szene ist ja nochmal wieder so ein Markt für sich. Ja, klar. Ne, das ist nicht der Riesenmarkt, ne, wo halt die Riesen-Buttets sind, aber die brauchen ja auch Audio. Klar. Und das war so der Einstieg. Also, sind wir dann auf Messen gegangen, wo viele Indies waren, eine Messe, die Amaze, ist so hier in Berlin, so das verrückte Indie-Game-Treffen eigentlich. Und da haben wir so unsere ersten Kontakte gemacht und die konnten uns natürlich auch alle nicht bezahlen. Und die Idee war dann, so ein Beteiligungskonzept oder ein Ref-Share eben an dem Produkt zu bekommen, ne? Ja, und so ging das dann nach und nach und dann haben wir auch gemerkt, okay, die Mieten bei uns hier im Studio sind jetzt nicht so günstig, wir müssen schon ein bisschen mehr umsetzen. Und dann hatten wir das Glück, dass wir dann halt auch noch größere Partner am Start hatten, ne? Wie wir haben zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, vielleicht liegt das noch in eurem Frage-Pool, aber wir haben zum Beispiel für Mercedes ein Sprecher-Casting gemacht für eine AI, für die neue S-Klasse und so solche Geschichten. Das, die Frage wäre noch gekommen. Aber ich würde gerne noch eine Frage vorher stellen. Ja, sag mal. Ich komme so ein bisschen, auch bevor ich studiert habe, aus der elektronischen Musikrichtung. Ja. Und habe mich so für Mucke interessiert. Und wenn man sich für diese Mucke interessiert und Künstler diese Mucke machen, kommt man eigentlich in Deutschland um den Studiokomplex, in dem ihr sitzt, die Riverside Studios, eigentlich nicht drum rum. Wie kamt ihr denn da hin? Wie habt ihr denn da ein Studio bekommen? Ja. Ja. Also da ist eine Position, jetzt sind wir wieder bei der SAE, aber es geht ja auch um, ich dachte eigentlich, es geht um nach der SAE. Live after SAE. Ja, genau. Eigentlich rede ich nur über die SAE. Ne, die SAE Berlin, die hat einen ganz tollen Industry Relation Career Coach, so heißt das heute, glaube ich. Also die Leute, die quasi die Studenten in die Industrie vermitteln und das ist in Berlin Boris Kummerer und der ist halt super vernetzt und wir haben dem halt gesteckt, ja, wir wollen irgendwie, wir brauchen ein Studio, sonst können wir nicht anfangen. Da haben die gerade angefangen hier zu bauen, beziehungsweise der vordere Trakt war fertig und wollten sich halt gleich am Anfang, und das war so der Sinn, das ist ja auch der Sinn des Riverside Studios, so ein paar Synergien schaffen und diese Synergien, die entstehen eigentlich nicht, wenn du 20 Studio hast und alle machen Techno, sondern da müssen schon unterschiedliche Musikrichtungen zumindest oder unterschiedliche Job Descriptions irgendwie vor Ort sein. Also das sind dann, wir haben hier Werbung, wir haben klassische Musikproduktion, Singer, Songwriter, eine Band, die hier probt. Also es ist halt so ein schöner Querschnitt und dadurch kommt man sich erstmal beruflich nicht ins Gehege und zum Zweiten ist das ein super Austausch, also den du hier stetig hast einfach. Ja, und dadurch, so haben wir uns verkauft, also das ist das, was hier noch fehlt, ne? Also Game habt ihr noch gar nicht, an Game habt ihr noch gar nicht gedacht. Ja, sehr gut, sehr gut. Es gibt einen superschönen Imagefilm, glaube ich, über die Riverside Studios. Direkt am Wasser sind die, das sind die Büros, direkt wirklich einen Meter am Wasser oder so. Wir packen mal den Link in die Shownotes, müsst ihr euch mal angucken. Er sieht heftig aus. Ja, es sind echt tolle Studios, haben die echt wirklich richtig gut gemacht und die Location ist natürlich für sich. Das ist auch ein Grund, warum wir unbedingt hier rein wollten, beziehungsweise warum wir gedacht haben, also wie gesagt, die Mieten sind nicht so günstig, aber du zahlst ja auch das Netzwerk mit, ne? Also, und du hast eine super repräsentative Location, das heißt, wenn du hier einen Kunden einlädst, ist es eigentlich schon die halbe Miete, ne? Also, die staunen dann erstmal und danach trinkt man noch ein Bier und dann hat man den Job meistens auch schon. Ja, klar. Ja, Thema Connections, wir können ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollten die Episode eigentlich von der Woche schon aufnehmen, hat dann logistisch nicht alles gepasst. Aber, Julian, du hast uns dann was Cooles versprochen. Wir haben so einen kleinen Deal eintüten können. Erzähl doch bitte nochmal. Naja, ich war, also ich war wirklich, also erstmal, der erste Fehler war ja, die Benachrichtigung des Kalendereintrags eine halbe Stunde nach dem eigentlichen Kalendereintrag einzustellen, was jetzt nicht so eigentlich meiner Art ist. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber kurz nachdem du mich angerufen hast, Julian, wo bist du? Dann habe ich auch die Nachricht bekommen und dann ist es mir klar gewesen. Ja, worauf wolltest du hinaus? Achso, du wolltest wissen, eure nächsten Gäste, soll ich ansagen. Exakt, exakt. Nee, ich habe dann den Jungs versprochen, dass ich dieses elektronische Musik-Duo Pan, Pod, Tassilo, Ippenberger und Thomas Benedikt in den nächsten Podcast von euch bekomme. Ja, und das machen die bestimmt. Zumindest, also was ich euch jetzt schon mal verspreche, jetzt live on tape, dass zumindest einer von beiden kommen wird. Das ist ein Deal, den wir annehmen. Also, als Kurt das gehört hat, als alter Elektro-Fuchs hat ja schon feuchte Augen. Ja. Nein, das ist aber natürlich, wenn man so ein bisschen aus der Mucke kommt, ist es ja schon ein Name. Da dachte ich so, ach, guck mal, Glenn, ach, das können wir machen. Oh, ja, ja, gerne. Tut mir eingefallen, fragt nicht, wie der Name zustande gekommen ist, weil diese, die Frage müssen die wirklich jedes Mal beantworten. Und jedes Mal ist es nicht Pfanne und Topf. Was? Oh Gott. Was? Nein, ich weiß es tatsächlich. Okay, also ich würde mal kurz in die Projekte jetzt reingehen. Du hast es gerade kurz angerissen. Total. Mercedes-A-Benz-Klasse. Auf deiner oder auf eurer Homepage steht auch, dass da ein Voice-Over für gemacht wurde. Habt ihr das denn selber eingesprochen? Ja, nee, also Voice-Overs wurden im Prinzip nicht direkt gemacht, sondern das Projekt, es geht um eine AI in einem Auto. Es ging darum, Sprecher zu casten, beziehungsweise Schauspieler zu casten, die eben nicht in dieses klassische Sprecherschema fallen, sondern die sich eher als dein Freund im Auto verkaufen. Klar. Und das wurde mit ganz vielen Probanden getestet. Und da haben wir halt 100 Schauspieler, Frauen und Männer, gecastet und die halt bestimmte Phrasen sagen lassen. Und das haben wir dann an einem 1000-Probanden-Test ausprobiert für die Probanden, wie sich das anfühlt, was sie am natürlichsten finden. Darum ging es eigentlich. Und die, die da genommen wurde, das ist echt krass. Also wenn du dann, die kann ja natürlich nicht auf dich eingehen, so richtig wie ein Mensch eingehen würde, aber es passiert irgendwie. Und es ist total verrückt. Also du sitzt in dem Auto und denkst, du redest mit deiner besten Freundin. Und nicht mit einem Auto. Und das war... Naja, da gibt es ja auch, also gerade bei der Mercedes-AI gibt es ja auch coole Videos, wo halt, da fährt eine Dame in einer S-Klasse und fragt die AI, hey, was hältst du eigentlich von Audi? Und der Mercedes antwortet, dasselbe wie du, sonst säsen wir beide ja nicht hier. Das ist ja irgendwie schon eine sehr coole, smarte AI, die irgendwie auch taffe Antworten geben kann. So ein bisschen wie Alexa, ne? Ja, ja. Das ist schon geil. Aber eben, wie gesagt, der Test ging, also das ging in erster Linie darum, eine Stimme zu finden, die das ausfüllen könnte. Und ja, ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt sind. Wir haben das mit einem Zukunftsforscher zusammen gemacht. Ich glaube auch, dass die noch gar nicht in Serie gegangen ist. Die AI, die da jetzt drin ist, die ist schon eher so wie Alexa, ja. Aber das war schon so ein Schritt in zehn Jahren, der wahrscheinlich gemacht wird. Wie nimmt man sowas denn auf oder wie produziert man sowas? Du kannst ja nicht alle Wörter einmal irgendwie einsprechen. Ja, genau. Deswegen, da ging es nur um die direkten Phrasen. Also, damit man Vergleichswert hat. Logischerweise um immer die gleichen Sätze. Damit die Probanden beziehungsweise die Juroren dann sozusagen das auch dementsprechend einschätzen können. Die Sprecherin kam dann, die saßen dann im Auto und sie hat live mit denen interagiert. Das wussten die aber nicht. Die dachten halt, das ist jetzt die Stimme aus dem Auto und die saßen halt im Auto und die war halt woanders und hat dann quasi direkt auf die eingehen können. Und so haben die das getestet. Und dadurch ging hervor, dass sich gut anfühlen kann, wenn man einen Kumpel im Auto hat. Klar. Und wahrscheinlich auch, ja, haben sich da auch dann bei erwischt, wie sie dann in wirklich intime Gespräche gegangen sind so. Obwohl sie eigentlich ja, also sowas teilt man normalerweise, glaube ich, nicht mit seinem Auto. Und ja. Interessant. Das fanden einige, fanden das halt auch abschreckend, aber viele fanden das auch sehr gut. Wie weit das jetzt ist, kann ich gar nicht genau sagen. Sag mal, aber die wichtige Frage bei solchen Sachen bei uns im Podcast ist immer, das ist ein super spannendes Projekt, aber wie bekommt man so einen spezifischen Job? Netzwerk, glaube ich. Es war auf jeden Fall auch irgendein Musikproduzent, der auch an der SAE doziert. Wieder zurück. Also Kurt sagt das auch, gefühlt jede dritte Folge, die Musikwelt in Deutschland ist echt ein Dorf, oder? Ja, ja, also schon. Fast jeder. Ist so klein, ist so klein. Das ist auch teilweise dann Leute, da sitzen die Techno-Jungs neben den Schlagerproduzenten, wo du denkst, die können doch nichts miteinander zu tun haben. Doch, die sind eigentlich Freunde und kennen sich gut. Naja, klar. Es ist wirklich eine ganz, ganz kleine Welt. Aber es ist total geil. Ja, Thema Musikproduktion. Du hast auch, oder ihr habt auch an dem Projekt Mars Rising. Mars Rising, ja. Genau, ist auch ein Spiel, da habt ihr, glaube ich, auch das VoiceOver für aufgenommen und das Mixing übernommen. Wie unterscheidet sich denn das Mischen von dem Soundtrack im Gegensatz zum Mischen einer Musikproduktion? Worauf achtet ihr, wenn ihr für ein Spiel mischt? Ja, eigentlich gar nicht so linear. Man guckt, dass jeder Loop im Einzelnen auch funktioniert, weil die meisten Spiele adaptive Musik haben. Das heißt, umso tiefer du reingehst und näher dem Endboss kommst, umso mehr Layer kommen dazu. Ja. Und da müssen natürlich die einzelnen Layer schon so satt sein, dass sie auch einzeln funktionieren. Und ich glaube, da geht es eher darum, gar nicht die Summe zu mischen, sondern eher die, also wirklich Design, die einzelnen Loops so designen und dass die Loops auch funktionieren. Dass man nicht hört, dass es ein Loop ist. Klar. Wie viel, ja, kann man das pauschal sagen, wie viel Loops man da ungefähr entwirft, wenn man jetzt Richtung Endgegner geht in einem Spiel? Wenn du jetzt in so eine Orchesterrichtung gehst, da hast du natürlich ein bisschen mehr. Als wenn du jetzt irgendeinen Synth-Pop-Soundtrack hast. Das ist relativ überschaubar. Das ist ja auch klar, der Loop macht ja auch dann meistens das ganze Ding schon so voll bei Synth-Wave, bei Orchester. Da hast du dann einfach viel mehr Dynamik drin und dadurch hast du auch wesentlich mehr Spuren, die du verarbeiten musst. Wenn man sich jetzt Adaptive Sound Implementation, worauf ihr euch auch spezialisiert habt, mal genauer anguckt, dann kommt man oft auf den Begriff FMOD. Das ist, glaube ich, die DAW, in der ihr arbeitet. Ja, das ist eigentlich keine DAW, sondern eine MDW, würde ich sagen. Also eine, nee, DMW. Es ist schon Digital, aber es ist eine Middleware, also eine... Naja, es ist eine Brücke zwischen der Engine und einer DAW. Genau. Und vielleicht können wir mal für Leute, die sich auch dafür interessieren, darüber sprechen. Welche Software muss man denn sich so drauf schaffen, wenn man jetzt auch in die Game-Audio-Welt eintauchen will? Cubase haben wir jetzt im Vorgespräch schon gehabt. Cubase ist schon mal echt die gute Basis, also weil gerade Cubase ist halt an zwei Middleware super angedockt. Das haben die echt gut gelöst. Aber dann ist es nicht Cubase, dann ist es, wie heißt es, Nuendo, ne? Nuendo, ja klar. Genau, du musst dann schon Nuendo haben und nicht Cubase. Aber ja, also Cubase und Nuendo funktionieren gleich, nur dass Nuendo halt diese Middleware-Schnittstelle hast und das ist wirklich richtig gut gemacht, wenn du jetzt ein Sample in deiner Session hast und das im Game aber nicht funktioniert, dann kannst du wirklich in Nuendo dieses Soundfile bearbeiten und das dann reporten bzw. checken an die Middleware und dann weiter checken an die Game-Engine und da ist es dann gleich verändert. Das heißt, du musst nicht nochmal rausbauen und nochmal neu importieren und so weiter. Sehr cool. Das heißt, Nuendo sollte man sich draufziehen. Gibt es noch mehr Software, die ihr so benutzt? Ne, das, also ich arbeite selber gar nicht in Nuendo, leider. Ich habe den komplexen Weg. Ne, aber wir machen auch, das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke, wir machen gar nicht mehr so viel Musik bzw. Sound, weil wir schon seit längerem an einem eigenen Spiel arbeiten und auch ein bisschen skaliert haben, haben jetzt sechs Angestellte und haben auch Game Art dabei, 2D, 3D, zwei Programmierer haben wir dabei, ein Game Designer, der noch ab und zu mithilft und Christian und ich und ja, da sind wir jetzt auf einem ganz anderen Weg, also wir versuchen jetzt das komplette Ding zu machen, also wir bieten quasi Software Herstellung als komplettes Gesamtpaket mit allem drum und dran. Also es wird quasi aus Liarbird Audio wird Liarbird Media quasi. Wir werden es wahrscheinlich nächstes Jahr beim Notar eintragen lassen oder im Handelsregister, ich weiß gar nicht, wo wir das machen müssen. Krass. Liarbird Studio soll es eigentlich werden. Mal sehen. Also keine Ahnung, wie schnell das geht. Im Moment haben wir alle gerade ziemlich viel um die Ohren. Dafür glaube ich, wir brauchen ein bisschen Platz. Dann stellt sich mir noch die Frage, jetzt langsam so gegen Ende der Episode, was ist denn mal ein Traumprojekt, an dem du arbeiten möchtest? Wahrscheinlich jetzt gerade euer Vorhaben, das ist bestimmt auch ein Traum. Aber was gibt es noch so für Spiele oder für andere Projekte, wo du sagst, boah, da will ich irgendwie mal gerne Teil von sein? Boah, das ist echt eine schwere Frage. Zockst du selber? Ja, ja. Also ich habe auch einen Gaming-Kanal auf Twitch mit dem Thomas Benedikt zusammen vom Pampot. Und wie heißt der Kanal? Wir packen den rein. Der heißt Let's Play with DJs, heißt der. Geil. Genau. Und da habe ich immer gemerkt, ja, also das macht mir auch richtig Spaß. Also wir sitzen da einfach nur, zocken ein bisschen, reden drüber. Könnte ich auch. Was zockt ihr? Also ist ja schon ein Projekt von mir. Also von daher trifft das jetzt nicht so ganz auf deine Frage zu. Ja, okay. Irgendwie große Shooter, Rockstar Games so in die Richtung vielleicht? Ja. Ich habe auch keine Ahnung von Game, deswegen. Ja, also weiß ich, weiß ich, ich weiß gar nicht, dass, also das verbinde ich jetzt sofort mit einer richtig Menge Hustle. Wenn ich jetzt an so einen Riesentitel denke, wie GTA oder so. Okay. An was man da alles denken muss und wie viele Listen es da wohl gibt. Also, boah. Nee, ich kann es gar nicht, ich kann es gar nicht genau sagen. Vielleicht, ich glaube, vielleicht hätte ich mal wieder Bock auf ein Musikprojekt. Also vielleicht irgendwie was Score-mäßiges. Größeres mit Orchester am besten. Also auch Orchester-Aufnahme. So, das wäre, glaube ich, etwas, wo man mich jetzt triggern könnte. Sehr, sehr geil. Gerade Orchester ist irgendwie auch immer sehr spannend. Ja, das erste Spiel, was wir vertont haben, haben wir leider nicht selber durchgeführt. Aber da haben wir mit einem Komponisten zusammengearbeitet, Robin Hoffmann. Und das war ein Three-Match-Mobile-Game. Und die haben da wirklich das Brandenburgische Staatsorchester dafür aufgenommen. Und das war so unfassbar krass. Und der hatte vorher so Mock-Ups gemacht von den einzelnen Passagen, die halt in dem Spiel kommen. So wie auch der Score. Und dann konntest du halt A, B hören. Dann konntest du die MIDI-Produktion, die MIDI-Vorproduktion sozusagen mit den Orchester-Aufnahmen vergleichen. Und die MIDI-Vorproduktion, die war schon, okay, nehme ich. Und dieses Live-Ding, das hat einfach nochmal so, also so einen nochmal obendrauf gesetzt. Das war unfassbar. Also dieses A, B-Ding, das war echt nicht von schlechten Eltern. Not from bad parents. Glaube ich. Ich habe noch eine, auch Richtung Abschluss, habe ich noch eine Frage aus der Community. Wir haben nämlich unsere Instagram-Community gefragt. Habt ihr Frage an einen Game-Mensch? Und ich habe eine Frage, die klingt sehr böse. Ist aber gar nicht so gemeint. Ich weiß auch, wer sie gestellt hat. Und ich arbeite auch im Sampling-Bereich. Ich mache auch Sound-Design für Keyboards. Ja, geil. Und wir beide arbeiten ja mit sehr großen Datenmengen. Also auch auf Sample-Datenmenge. Du hast gerade die Listen schon angesprochen. So kam ich nämlich drauf. Und die Frage war, macht dir deine Arbeit Spaß? Und ich würde die gerne umwandeln. Wie hältst du dich motiviert, wenn man so 2000 Samples vor sich hat und damit was machen möchte? Das ist wirklich, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Okay, wie halte ich mich motiviert? Ich glaube, das ist Erfahrung. Und du weißt, wenn du anfängst, dann wird es erst mal zäh oder es ist hart. Aber ab einem bestimmten Punkt kommt man dann in den Groove und kommt rein und will auch dann erst mal gar nicht mehr aufhören. Also es ist erst mal dieser Riesenberg. Man muss halt die ersten 100 Meter, die muss man halt zähneknirschend machen und dann flutscht es aber. Also das ist eigentlich so, man muss sich in alles irgendwie so ein bisschen reinkämpfen, wenn man da vor so einem Berg sitzt. Glaube ich. Also ich kenne das, aber ich kann es bestätigen. Man muss halt anfangen, ne? Ja, man muss halt anfangen, genau. Am besten, man hat immer schon was, wenn der zweite Call kommt. Habt ihr denn schon angefangen? Ja, hier können wir schon gleich direkt was zeigen. Das ist immer am allerbesten. Genau. Also wenn du dir schon vorab Gedanken gemacht hast. Absolut. Ich habe noch eine Fun-Frage. Was ist eigentlich dein Lieblingsradiosender? Wie kommst du? Achso, weil wir hier bei Flux sind. Oder was? Ne, weil ich auch gelesen habe, GTA ist dein Lieblingsradiosender. Achso, stimmt. Das haben wir mal A in dieser... Und ich will wissen, welcher von denen kannst du. Nein, der GTA, das GTA San Andreas Radio. Das war das, was du alle ablässt. Beste. Ja, Bounce FM, Radio Santos. Welches? Radio S. Wahnsinn. K-Rose. Ich habe manchmal einfach das Spiel einfach laufen lassen in der Bude und habe einfach nur die Radiosender liefen einfach nur. Das war einfach geil. Ja, sehr cool. Die kannst du mittlerweile auch auf YouTube sogar hören. Ja, ja. Einfach in der Playlist. Das war damals ja noch nicht so gängig, YouTube. Nee, nee. Als das Spiel rauskam. Sehr gut. Ja. Junge, Bounce FM. Ich bin gerade wieder 13. Mega. Oder? Ey, die Mucke. Richtig. Super. Das Spiel, das Spiel, also, das darf man leider, Gottes, darf man das jetzt nicht mehr anfassen, weil du kommst einfach nicht klar, wie schlecht das aussah für damalige Verhältnisse. Natürlich der absolute Oberhammer, aber wenn du dich jetzt wieder davor setzt, denkst du so, oh nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Das ganze Spiel, da habe ich letztens mit einem Homie noch drüber geredet, wir haben gezockt und da gab es, wir haben genau genommen COD gespielt, da gab es ein Update und das Update war 32 Gigabyte groß. Und da haben wir uns überlegt, so, was 32, GTA, das ganze Spiel, GTA, also San Andreas ist 850 MB. War echt jetzt? Wirklich? Ja, ja. Das war richtig. Hast du nachgeguckt, oder? Nee, ich habe das aber damals, ist glaube ich verjährt, ne? Kurt weiß einfach sowas. Ich habe das damals illegal runtergeladen und es hat irre lange gedauert bei mir auf dem Dorf. Ach so, auf dem PC. Ja, aber die, ich glaube, die Playstation-Version, die muss größer sein. Auf jeden Fall. Und es waren 850 MB auf dem PC und es war für mich damals gigantisch groß und jetzt ist ein Update, ein Patch, 32 Gigabyte. Und da dachte ich so, ei, 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 das sind ja ganz andere Zeiten mittlerweile. Aber so sieht es auch aus und du hast recht, man darf es nicht mehr anrühren, weil es echt schäppig aussieht. Aber es hat mega Spaß. Ja, ich habe es auf dem Handy. Auf dem Handy wurde es nochmal neu gepolisht, da kann man es noch spielen. Das ist wirklich cool, die Verbindung, die man damit hat. Ich weiß noch, mein bester Kumpel, der war beim Bund zu der Zeit und ich hatte meine erste Studentenbude. Oder nee, ich war ja gar nicht Student zu der Zeit, aber ich hatte so eine typische Jugendbude, würde ich es bezeichnen. Und der kam immer, wenn da Schicht war bei dem, 13.30 Uhr war der bei mir und dann ging es los. Mach die Kiste an. Kenne ich auch noch. War super. Wenn man jetzt aus der SAE kommt, als frischgebackener Student, hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man in die Game-Audio-Welt reinkommt oder auch generell ein paar Tipps, die man so nutzen könnte, um in die Industrie einzutauchen? Na, das Coole jetzt an diesem neuen SAE-Konzept, ich weiß nicht, ob ihr das schon so ein bisschen mitbekommen habt, ist ja, dass die Studenten während ihres Studiums eigentlich schon ihr eigenes Portfolio kreieren. Die müssen, ich glaube, alles machen. Die fangen mit einem Mix-Ding an irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Die mussten eine Animation vertonen oder so oder eine Filmszene, müssen Foley's aufnehmen. Also eigentlich baust du dir ja schon während dieser Studienzeit dein Portfolio. Und das musst du einmal gut irgendwie darstellen und dann vielleicht noch ein Showreel machen aus allem. Wenn du jetzt in den Game-Bereich gehen willst, bietet sich das auch an, dass du dann dir irgendwelche bekannten Game-Szenen nachvertonst oder so. Oder selber spielst, das recordest und deinen eigenen Soundtrack darunter machst oder so. Keine Ahnung. Also schaff dir ein schickes Showreel. Ich glaube, das ist schon immer viel wert. Das ist eigentlich schon... Ich glaube halt, viele trauen sich nicht, die Uni-Projekte zu benutzen. Weil man denkt, es ist doch nur ein Uni-Projekt. Aber ist ja Quatsch, weil die sind ja schon, die sind meistens echt gut. Guck mal, unsere Firma basiert auf einem kompletten Uni-Projekt. Eben, ihr seid ja nur das beste Beispiel dafür, dass man das halt sehr wohl kann. Julian, wenn man dich erreichen möchte, wenn man Fragen hat oder Anregungen oder was weiß ich, einfach mal über GTA-Radio sprechen möchte, wie kann man dich denn erreichen? Auf der Webseite ist, glaube ich, eine Mail-Adresse. Da könnt ihr einfach hinschreiben, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr euch bewerben wollt. Das haben wir nämlich auch manchmal, Bewerbungen. Aber nicht für ein Praktikum. Ein Praktikum dürfen wir nicht. Nee, weil wir haben keinen IHK-Schein. Ich glaube, man kann nur Praktika anbieten, wenn man auch diesen IHK-Schein hat. Den haben wir beide nicht. Deswegen dürfen wir das nicht. Aber ja, ab und zu brauchen wir mal neue Leute. Jetzt aber nicht unbedingt immer nur im Sounddesign, sondern... Und es muss nicht nur Audio sein. Also es muss nicht Audio sein. Es kann eigentlich alles sein. Programmierer, ja, Artist. Ja, cool. Sehr schön. Dann bedanken wir uns. Ja, gerne. Perfekt. Vielen Dank für die Zeit. War sehr geil. Genau. Dann hören wir uns alle Mann in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge. Julian, danke dir. Wir hören uns nächstes Jahr, ne? Möchte ich nur nochmal sagen. Klar. In den Herbstferien. Richtig. Genau. Wir hören uns nächstes Jahr. Ja, okay. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.